Die Adresse steht drauf, braucht man die erste da, an der Kunde immer bitte lächeln, ja, okay? Alles klar. Viel Spaß erstmal, nimmst du das bitte mit? Ja. Okay? Okay. Toi, toi, ja? Danke. Immer gerade halten die Pizza, ja bitte, gerade halten. Und dann sollte ich auch direkt was ausliefern und da habe ich mich schon gewundert, dass man das beim Fahrrad macht. Also, die hätten mir ruhig ein Moped geben können. Ich meine, einen Rollerführerschein habe ich ja.